Hallo und willkommen zu einem neuen Installationsvideo und zwar bauen wir heute wieder mal eine IP-Kamera, eine Überwachungskamera ein und zwar diesmal in meinem Eingangsbereich. Dort hatte ich schon vor längerer Zeit mal eine Kamera installiert, diese ist aber jetzt etwas in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr so ganz dem Stand der Technik. Ich wünsche mir für meine neue Kamera, die ich da unten installieren möchte, eine Kamera mit Überkopfmontage. Sie sollte auf jeden Fall Nachtsicht haben, natürlich mindestens Full HD, da ich auch ein klares Bild haben möchte und diese Kamera sollte auch eine sehr gute Bewegungserkennung haben, denn nachts möchte ich diese Kamera natürlich auch zum Einbruchschutz verwenden. Des Weiteren sollte die Kamera natürlich auch ein Live-Bild an mein Handy senden können, denn wenn jemand unten an der Tür klingelt, möchte ich schnell auf mein Handy schauen und möchte sehen, wer dort an der Tür steht. So, das alles kann hier diese neue Insta-Kamera. Hierbei handelt es sich um die Insta in 8003. Das ist eine Full HD POE Kamera und diese schauen wir uns jetzt erstmal näher an. So, schauen wir uns schnell mal den Lieferumfang an. Bevor wir über den Lieferumfang schauen, nochmal die wichtigsten Funktionen der Kamera. Diese Kamera hat natürlich auch ein Mikrofon, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, ist für mich natürlich auch sehr wichtig. Dann ist die Kamera natürlich nach IP65 Wetterfest und ganz wichtig, diese Kamera verfügt über POE. Das heißt, wir haben die Stromversorgung im Netzwerkkabel oder es ist möglich, die Kamera über das Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen. Somit haben wir nur ein zu installierendes Kabel im Idealfall. Das erleichtert natürlich die Installation. Eine Micro-SD-Karte ist natürlich auch vorhanden oder kann auch installiert oder erweitert werden. Bis 128 GB sind hier möglich. 16 GB müssten hier schon im Lieferumfang vorhanden sein. Ganz wichtig ist hier für mich natürlich auch der PER-Sensor. Der PER-Sensor kann Wärmequellen ausmachen, also dementsprechend lebende Personen und kann so dafür sorgen, dass wir weniger Fehlalarme haben. Das heißt, wie ein Bewegungsmelder arbeitet dieses System, wenn eine Person vor der Kamera sich bewegt und das vielleicht auch in Verbindung mit der Bewegungserkennung in der Kamera. Das können wir natürlich beides koppeln. So können wir die Fehlalarme natürlich deutlich herunterfahren, reduzieren und haben somit weniger Fehlalarme. Dann ganz wichtig für mich die Kommunikation natürlich per E-Mail und per Handy. Das ist hier auch möglich. Wir können hier auch Push-Nachrichten und E-Mails ans Handy senden lassen mit Bildern von Personen, die gerade vor der Tür stehen. Die Kamera unterstützt den Codec H.264. Das ist ein Kompressionsverfahren für das Videobild. Das sorgt dafür, dass wir ein gutes Videobild, Full-HD-Videobild übertragen bekommen. Dann kommuniziert die Kamera natürlich auch geschützt über HTTPS. Somit haben wir auch eine sichere Verbindung. Aber das dazu. Wir schauen mal schnell in den Lieferumfang. So, und das wäre jetzt der Lieferumfang. Ich glaube, hierzu muss ich nicht arg so viel erzählen, außer dass wir natürlich wie gehabt oder wie gewohnt bei Insta eine schöne Bohrschablone oder Befestigungsschablone im Lieferumfang haben. Natürlich eine deutsche Bedienungsanleitung, Deutsch-Englisch und das andere ist eigentlich selbstredend. Bis auf vielleicht diese drei Werkzeuge. Wozu sind diese drei Werkzeuge im Lieferumfang? Zum einen haben wir hier diesen kleinen Schlüssel. Diesen benötigen wir zum Beispiel, um hier die Kabelarredierung festzuziehen oder zu lösen. Dann haben wir dieses kleine Werkzeug. Dieses Werkzeug ist ein Saugnapf. Den können wir hier aufbringen und können so unser Glas herausheben. Um das Glas herauszuheben, haben wir dann hier dieses Werkzeug. Mit diesem Werkzeug können wir hier in diese kleinen Vertiefungen eingreifen. Ich zeige euch das einfach mal. Und können so durch Drehen die Verschraubung hier vorne lösen. Den Verschraubungsring hier abnehmen. Und jetzt nehmen wir hier dieses kleine Saugnäpfchen, sage ich einfach mal. Und zur Hilfenahme dieses kleinen Saugnapfes kann man nun hier die Scheibe, die Frontscheibe, sage ich einfach mal, herausnehmen. Noch ein kleiner Tipp. Diese Frontscheibe sitzt teilweise ziemlich fest. Bei mir hat es allerdings geholfen, wenn ich vorher hier so etwas an der Frontscheibe herumgewackelt habe. Und jetzt konnte ich sie mit dem Saugnapf herausziehen. Besonders fest hat sie hier oben gesessen. Also nehmt sie bitte vorsichtig heraus. Haben wir nun das Glas unter Zuhilfenahme unseres kleinen Saugnäpfchens entfernt, sehen wir nun hier innen drin unser Objektiv. Und dieses kann nun bei Bedarf nachjustiert werden, um eventuell die Schärfe nochmal auf einen speziellen Punkt genauer einzustellen. Ich lasse das jetzt mal so, weil ich die Kamera ja noch nicht angebracht habe. Wie gesagt, wenn ihr sie angebracht habt, kann es erforderlich sein. So, kommen wir noch zu unserer SD-Karte. Diese können wir ja auch wechseln. Allerdings bringe ich jetzt erstmal wieder mein Glas auf. Achtet bitte hier auf die kleinen Vertiefungen, dass diese natürlich auch über den dementsprechenden Sensoren wieder liegen, sodass alles auch ordnungsgemäß passt. Haben wir das Glas wieder eingebracht. Schrauben wir unseren Ring wieder auf. Hierbei ist es allerdings wichtig, schraubt den Ring schon vorsichtig auf. Wenn er irgendwie klemmt, dreht hier bitte nicht mit Gewalt weiter, nicht, dass eure Scheibe kaputt geht. Kommen wir noch zu unserer SD-Karte. Diese können wir natürlich auch wechseln, ersetzen und tauschen. Hierfür lösen wir als erstes diese kleinen Matenschrauben. Nur aufdrehen, nicht komplett herausdrehen, denn sie sind sehr klein, man verliert sie sehr schnell. Und nun können wir hier unseren Kameraring einfach aufschrauben. Somit können wir nun unsere Kamera hier herausnehmen. Und hierfür ist auch schon gleich unser zweites Werkzeug. Hier haben wir unsere Kabelverschraubung. Diese können wir lösen. Bitte macht das auf jeden Fall, bevor ihr die Kamera öffnet. Denn sonst verdreht sich das Kabel im Inneren und ihr reißt eventuell die Kabel ab. Also das herausnehmen und das Kabel herausziehen. Und jetzt können wir die Kamera öffnen. So sieht übrigens jetzt die Kamera von innen aus. Und hier sieht man natürlich auch gleich, hier ist unsere Micro-SD-Karte. Diese können wir dann natürlich dementsprechend hier auch entnehmen oder gegen eine größere Karte austauschen. Beim Zusammenbau achtet bitte darauf, dass wie gesagt die Kabel sich hier nicht verdrehen und nirgendwo eingeklemmt werden. Und wir schrauben so unsere Kamera einfach wieder zusammen. Jetzt hier hinten das Kabel mit der Dichtung wieder einbringen. Und die Verschraubung wieder anziehen. Beim Anziehen achtet auch hier drauf, hier ist eine kleine Dichtung. Diese stellt sich manchmal nach oben, das ist mir jetzt hier auch passiert. So wäre es richtig. Und jetzt könnt ihr eure Kamera wieder zusammenschrauben. Bevor ihr sie festzieht, könnt ihr sie natürlich dann auch nochmal ausrichten. Und so habt ihr dann auch nochmal das Ausrichten gesehen. Das Ausrichten erfolgt natürlich hier im gelösten Zustand. Ihr könnt die Kamera so schön ausrichten, auf Position bringen, wie ihr sie haben wollt. Und dann einfach festziehen und alles hier mit den Matenschrauben arretieren. Kommen wir dann zur Installation. Wie gesagt, diese Kamera ist für den reinen kabelgebundenen Einsatz konzipiert. Das heißt, sie hat kein WLAN verbaut. Wir können sie also nur über LAN betreiben. Wir haben hier ein schönes langes LAN-Kabel mit im Lieferumfang. Und hier natürlich auch unsere Stromversorgung. Des Weiteren ist es natürlich auch möglich, diese Kamera per POE mit Strom oder Energie zu versorgen. Was also bedeutet, wir haben eine Stromversorgung direkt über das Netzwerkkabel. Was natürlich bedeutet, wir müssen dann dementsprechend nicht so viele Anschlusskabel zu unserer Kamera herausführen. Wie ihr das macht, überlasse ich jetzt mal euch. Ich installiere jetzt einfach mal die Kamera hier an meinem Standort. So, leider ist die Wand hier nicht besonders viel wert. Ihr habt es ja vorhin schon gesehen. Deswegen habe ich jetzt hier nach dem Bohren auch nochmal einige Reparaturarbeiten durchgeführt. Wenn ich jetzt die Kamera hier drauf setze, habe ich wenigstens einen intakten Untergrund. Und das Reparieren kann dann in aller Ruhe aushärten. Und das ist ja vorhin schon. So, nachdem wir nun unsere Kamera außen montiert haben und dann auch mit dem Strom sowie natürlich auch mit unserem Router über ein LAN-Kabel verbunden haben, kommen wir nun zur Einrichtung unserer Kamera. Hierfür öffnen wir einen Webbrowser und geben hier oben ein http.doppelpunktdoppelslash install.instar.de. Hier angekommen, folgen wir nun einfach den Bildschirmanweisungen. Hier kommen wir nun in ein Menü, wo wir uns für einen Installationsschritt entscheiden müssen. Wir müssen ja noch die Ersteinrichtung machen, also wählen wir diese aus. Hier kommen wir nun an einen wichtigen Punkt. Habt ihr nun die Kamera wie ich über einen normalen Netzstecker angeschlossen oder betreibt ihr eure Kamera über PoE, so wählt ihr bitte hier den Punkt aus, der auf euch zutrifft und folgt weiter den Bildschirmanweisungen. Hier wird uns nun empfohlen, das Insta-Kamera-Tool zu installieren. Wir installieren es, starten es, versichern uns nun, dass wir hier mit dem richtigen Netzwerk verbunden sind und suchen unsere Kamera. Hier habe ich gleich die Kamera gefunden, also kann ich diese Kamera durch Doppelklick auswählen. Hier müssen wir uns nun anmelden. Unsere Standard-Anmeldedaten sind im Auslieferungszustand Atmen und als Kennwort einfach Insta-Kleingeschrieben. Jetzt spielt die Kamera mit uns das komplette Installationsmenü durch. Hier können wir einfach den Bildschirmanweisungen folgen. Noch ein wichtiger Punkt. Ihr werdet nun auch gefragt, ob ihr ein neues Kennwort vergeben wollt. Wenn dem so ist, was ich euch auch zwingend empfehlen würde, vergibt bitte jetzt ein neues Kennwort für die Kamera. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eure Kamera per App zu steuern und natürlich auch per App auf eure Kamera zuzugreifen. Hierfür empfehle ich euch auf jeden Fall im Android-Store oder im iOS-Store nach der Insta-Vision App zu suchen. Haben wir die Insta-App heruntergeladen, können wir nun hier unseren QR-Code am Bildschirm einfach mit der App einscannen, indem wir in der App die Plus-Taste betätigen und neue IP-Kamera wählen. Hier wählen wir den Punkt QR-Code scannen und können nun hier den QR-Code abscannen. Wichtig zu erwähnen, dieser Punkt muss nicht jetzt unbedingt durchgeführt werden. Er kann natürlich auch später durchgeführt werden. War hier alles erfolgreich, müssten wir unten in der App unsere Kamera sehen. Dieses können wir nun abspeichern, indem wir einfach auf die Diskette drücken. Haben wir nun alle Einstellungen vorgenommen, startet die Kamera neu und wir können uns nun hier erneut mit unseren neuen Zugangsdaten anmelden. Sollten wir zum Betrachten des Videobildes einen Flashplayer benötigen, so ladet diesen bitte herunter und installiert diesen. Alternativ kann das Bild natürlich auch in einer etwas schlechteren Wiedergabequalität ohne den Flashplayer wiedergegeben werden. Hierfür einfach hier unten diesen kleinen Button betätigen. So kommen wir jetzt noch zum Ausrichten der Kamera. Die Kamera ist ja aufgrund ihrer Bauform hervorragend ausrichtbar. Das heißt, wir können sie um 360 Grad schwenken und um 90 Grad neigen. Jetzt haben wir natürlich unsere Handy-App. Wir öffnen jetzt hier das Kamerabild, begeben uns zur Kamera. Achtet bitte darauf, dass unten der Verschraubungsring noch gelöst ist. Nun können wir unseren Kamerakopf frei bewegen, dementsprechend ausrichten und nach dem Ausrichten wieder den Ring anziehen und diesen mit hier diesen kleinen Matenschrauben arretieren. So, ihr seht jetzt hier mein ausgerichtetes Live-Bild. Ich habe jetzt die Kamera so eingestellt, dass sie quasi nicht quer filmt, sondern längs zur Treppe. Somit habe ich das beste Sichtfeld und habe noch einen Teil des Hofes, sowie natürlich hier auch meine Briefkästen mit im Blickfeld. Ich sehe natürlich so auch, wer hier die Treppe hochkommt und wer dann schlussendlich hier zur Tür hinein will. Also soweit, so gut. Schauen wir uns nochmal die weiteren Einstellungen der Kamera an. Beginnen wir einfach mal zum Beispiel hier mit diesem kleinen Feld. Hier sehe ich noch etwas die Straße, also den öffentlichen Weg. Das ist ja in Deutschland nicht erlaubt, das ist aber nicht so schlimm. Dieses können wir abdecken. Hierfür gehen wir einfach auf Einstellung, wählen den Punkt Multimedia. Und finden hier den Unterpunkt Privatsphäre. Diesen wählen wir aus. Unter Zuhilfenahme dieses Tools können wir nun Teile des Bildschirms maskieren. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Wir sehen hier so ausgegraue Schaltflächen. Diese sind nummeriert von 1 bis 4. Wir wählen uns einfach mal eine aus. Bereich Nummer 2 liegt gerade ziemlich günstig. Den aktiviere ich jetzt einfach mal. Da dieser natürlich noch nicht richtig positioniert ist, klicke ich hier unten nochmal auf diesen Punkt. Und nun können wir unseren Bereich frei definieren. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Straßenfläche maskieren. Das Ganze übernehmen. Und wir sehen hier, dieser Bildschirmbereich ist nun ausgegraut. Und man kann nun hier den öffentlichen Weg nicht mehr einsehen. Da wir nun gerade im Bereich Multimedia sind, können wir nochmal schauen, was wir noch alles so haben. Wir haben hier den Punkt Audio. Ich habe es euch ja schon vorhin erwähnt. Diese Kamera besitzt ein Mikrofon. Hier können wir die Mikrofonintensität, also die Lautstärke des Mikrofons einstellen. Wir lassen es einfach mal auf der Standardeinstellung und testen einfach mal das Mikrofon. Und wir schauen mal, wie gut die Qualität des Mikrofons ist. So, und hier mal ein kleiner Tontest. So hört sich der original Ton an, den ich jetzt hier mit dieser Kamera aufzeichne und ihn an meinem Laptop wiedergebe. Um jetzt quasi mit der Gegenstelle zu reden. Sollte euch nun das Mikrofon hier zu leise vorgekommen sein bei diesem Test, können wir die Lautstärke ja wie gesagt hier erhöhen und das dann alles übernehmen. Kommen wir noch zu den Alarmen. Auch diese sind für mich sehr wichtig. Klicken wir mal auf Aktionen. Hier können wir entscheiden, was passiert, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Wir können uns zum Beispiel eine E-Mail senden. Wir können ein Video auf der SD-Karte speichern, ein Video im FTP-Server speichern oder ein Video an die Cloud senden. Es gibt natürlich auch die Insta-Cloud. Wer diese Cloud nutzen will, diese kann man abonnieren. Hier werden dann alle Videobilder, die ihr in die Cloud speichert, für einen gewissen Zeitraum in der Insta-Cloud gespeichert. Und ihr habt sie räumlich getrennt von eurem Standort gespeichert und könnt so dann immer wieder darauf zugreifen. Wichtig, Insta ist ein deutscher Anbieter und dementsprechend befindet sich auch die Cloud in Deutschland. Dasselbe gibt es natürlich auch für Bilder. Wir können Bilder auf SD-Karte, FTP-Server speichern. Und hier können wir dann auch nochmal die Auflösung sowie Anzahl der gespeicherten Bilder festlegen, die dann auf dem dementsprechenden Medium gespeichert werden. Eine weitere schöne Funktion ist auch der Audio-Alarm. Wir haben ja gesehen, die Kamera hat ein Mikrofon verbaut. Diesen können wir hier aktivieren. Und hier können wir noch die Sensibilität des Alarms einstellen. Hier müsst ihr ein bisschen rumspielen. Testet mal, was ihr hier einstellen wollt. Vorteil dieser Funktion entsteht nun ein lautes Geräusch. Aktiviert die Kamera die Aufnahme oder macht ein Foto, je nachdem, was ihr eingestellt habt. Und ihr könnt dann später nachschauen, was hier passiert ist. Oder ihr könnt euch auch von der Kamera per Push-Nachricht oder per E-Mail benachrichtigen lassen. Ein für mich auch sehr wichtiger Punkt ist hier der PIR-Sensor. Diesen hatte ich euch ja vorhin auch schon gezeigt. Das ist eine Art Bewegungsmelder. Wenn wir diesen einschalten, reagiert die Kamera wie ein Standardbewegungsmelder auf Wärmequellen. Dieses verhindert Fehlalarme, was also bedeutet, wir müssen jetzt eine Wärmequelle vor der Kamera haben. Und erst wenn diese auftaucht, wird eine Aufnahme gestartet. Wir können natürlich die ganze Geschichte kombinieren mit unserer Bereichserkennung. Dafür klicken wir hier auch auf Ja. Die Bereichserkennung ist auch ein großer Vorteil. Wir können jetzt zum Beispiel einzelne Bereiche hier im Videobild festlegen. Erst wenn in diesem Bereich eine Bewegung festgestellt wird, zeichnet die Kamera auf. Haben wir hier, wie in meinem Fall, beide Systeme aktiviert, muss eine Bewegung im Bereich festgestellt werden. Und es muss eine Person vom PIR-Sensor erkannt worden sein. Erst dann wird eine Aufnahme gestartet. Das verhindert natürlich Fehlalarme, die zum Beispiel durch wackelnde Äste oder Gestrüpp oder irgendwas Ähnliches ausgelöst werden. Und ihr habt hier ein besseres Alarmbild, ein genaueres Alarmbild. Die gerade eben angesprochenen Bereiche können wir natürlich hier auch festlegen. Ich klicke einfach mal auf Bereiche. Hier wieder dasselbe Schema. Wir haben hier vier Bereiche. Diese können wir separat anwählen. Wir beginnen einfach mal mit Bereich Nummer 1, aktivieren diesen. Wir sehen, standardgemäß ist alles als Bereich Nummer 1 aktiviert. Ich möchte aber, dass jetzt hauptsächlich hier im Treppenbereich eine Aufzeichnung oder eine Überwachung erfolgt. Also markiere ich hier diesen Treppenbereich. Hier können wir noch die Sensivität einstellen. Hier müsst ihr mal rumspielen, wie sensibel euer Sensor oder eure Bewegungserkennung reagieren soll. So, jetzt haben wir noch einige Flächen hier ausgelassen. Ich hätte gerne noch diesen Briefkasten und diese beiden Briefkästen überwacht und eventuell auch hier Teile des Hofes. Hier haben wir aber noch weitere Bereiche. Wir aktivieren einfach mal Bereich Nummer 2 und wählen zum Beispiel damit den Briefkasten hier aus. Dann nehmen wir Bereich Nummer 3 und wählen hier drüben diese Briefkästen aus. Dann nehmen wir nochmal Bereich Nummer 4. Und der soll dann hier nochmal die Lauffläche hier hinten beim Hof überwachen. Das machen wir auch nochmal so. So, und jetzt habe ich hier auszusehen meinen Briefkasten gelöscht. Ist nicht schlimm. Dann scheiden wir nochmal auf Bereich Nummer 3. Nehmen hiermit nochmal den Briefkasten. Und haben somit alle Bereiche markiert, in denen meine Kamera überwachen soll. Wichtig, ihr könnt natürlich auch, wie ihr das hier seht, Bereiche überlappen. Und das macht gar nichts. Trotz alledem wird die Alarmierung ordnungsgemäß funktionieren. Haben wir nun unsere Bereiche festgelegt. Übernehmen wir diese. Schauen wir nochmal kurz in unsere Alarmaktionen. Hier sehen wir, wir haben unseren PIR-Sensor aktiviert. Unseren Bereich aktiviert. Was also bedeutet, wenn sich jetzt in diesen markierten Bereichen irgendwas bewegt. sichtbar bewegt, sodass die Kamera es sieht und der PIR-Sensor gleichzeitig anschlägt, wird die Kamera nun Alarm schlagen, ein Bild aufzeichnen oder ein Video aufzeichnen. Je nachdem, was ihr eingestellt habt. Im letzten Punkt finden wir noch die Systemeinstellungen. Hier könnt ihr alle wichtigen Grundeinstellungen der Kamera vornehmen. Eine ganz wichtige Einstellung habe ich bis jetzt noch vergessen. Wenn ihr eure Kamera neu eingerichtet habt, empfehle ich euch auf jeden Fall mal nach einem Firmware-Update zu suchen, klickt einfach hier drauf und schaut, ob eine neue Firmware vorliegt. In meinem Fall ist das so. Also installiert bitte die neue Firmware so schnell wie möglich. So, dann kommen wir zu guter Letzt nochmal zu der Videoqualität. Das heißt, wir schauen uns einfach mal einige Fotos und Videos dieser Kamera an. Beginnen wir einfach mal mit einer Standard-Tagaufnahme. Das hier wäre so eine Standard-Tagaufnahme aufgezeichnet in Full HD. Dasselbe dann gleich hier nochmal nachts. Hier haben wir jetzt unsere Nachtsicht aktiviert. Und hier seht ihr dann quasi, wie das Bild, das Videobild bei kompletter Dunkelheit hier mit dieser Kamera aussieht. So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Noch ein wichtiger Hinweis, diese Kamera hatte ich bei Insta angefragt und Insta hat mir netterweise diese Kamera kostenlos zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.